Das Weltall. Schon immer hat es die Menschen fasziniert. Aber wer kennt sich da oben schon wirklich aus? Wissen Sie, wo Sie das Sternbild Orion am Himmel finden? Orion ist wohl das prächtigste Sternbild an unserem Himmel und ist, abhängig von der Jahreszeit, von jedem Punkt der Erde aus zu sehen. Mit Universe2Go erwartet Sie stundenlanger Hörgenuss voller Fakten und Geschichten über das Universum. Der kinderlose Greis Hyriäus hatte eines Tages die Götter Zeus, Poseidon und Hermes aufs Beste bewirtet und daher einen Wunsch frei. Mit Universe2Go sehen Sie den realen Sternenhimmel mit eingeblendeten Informationen. Damit ist Universe2Go weltweit einzigartig. Sie sehen Sternbilder, Planeten und Galaxien, ja sogar die Position von Kometen und Satelliten. Der Mond ist der einzige Himmelskörper, der die Erde nicht nur scheinbar, so wie die Sonne und die Sterne, sondern tatsächlich umkreist. Universe2Go ist günstiger als Sie denken, denn es nutzt geschickt die vorhandenen Technologien Ihres Smartphones. App starten, Smartphone ins Gerät einlegen, los geht's. Die Bedienung erfolgt genial einfach über Kopfbewegungen. So muss das Smartphone nicht aus dem Gehäuse genommen werden. Verschiedene Modi stehen zur Verfügung, um den Sternenhimmel auf verschiedene Art und Weise kennenzulernen. Im Deep Sky Modus entdecken Sie etwa Galaxien und Sternennebel von überwältigender Schönheit. Wie ein gewaltiger Strudel im Weltraum erscheint diese Spiralgalaxie am Himmel. Universe2Go zeigt Ihnen die Sterne. Ganz einfach. Probieren Sie es aus. Bestellen Sie jetzt Ihr persönliches Planetarium.